Und ja, das haben wir probiert. Da wussten wir nicht, was Terrorisieren ist. Mittlerweile weiß ich es ja. Mittlerweile werden wir das auch sicher gut erledigen. Oh ja. Gut, was haben wir denn jetzt noch zum Erledigen? Da oben haben wir noch so einen Punkt. Zwischen kommen vielleicht noch paar Kuhle. Okay, gelben brauchen wir von dem und ich brauche jetzt das andere. Ich habe gehört, es sind noch mehr Krieger hierher unterwegs. Toll, das hat noch gefehlt. Ach, kein Sohn. Okay. Kann man so machen, würde ich sagen. So. Wenn ich in einen Kampf gehe, möchte ich immer einen guten Läger bei mir haben. Es ist jedes Mal. Holt euch diese Sklaven! So. Nende dich nur klein davor. Koste meinen Stahl! Du erwerblicher Schmischling! Du erwerblicher Schmischling! Okay. Ich habe tote Karagor gesehen, die härter arbeiten können aus dieser Menschlinge. Warum versuchen wir es überhaupt mit denen? Wir sollten sie einfach essen und es dabei belassen. So, da war es das glaube ich jetzt nochmal, jetzt müssen wir dann nur da drüben, die zwei Aufträge machen, dann wären wir in diesem Gebiet schon fertig. Also, gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Ich bin bereit für einen richtigen Kammel. Ich brauche Gula, 8. Ein Stück an der Zahl, zwei blaue Höhlen-Dingsbums noch und eine gelbe noch. Ich bringe den Rüstmeister dazu, mir einen guten Helm zu machen, damit der Grabwandler nicht mehr in meinen Kopf eindringen kann. Diese Oh, das ist wohl in. Ich... Ha! Norsego sagt es stünde frisches Fleisch für uns bereit Das hätten die anderen bereit Alle in ihre Garten Meuler gestoppt Ich wusste es! Wie sollen wir denn mit leerem Magen kämpfen? Ja, ich bin so und lieber am Koch aus Denn wir sind in das letzten Mitte als man nie soll Da drüben hat sich etwas bewegt! Sehr schön Und jetzt... Nehmen wir gleich... Kauf... Auf... Ciao! Da haben wir schon viel eigentlich vorgeschaut Wir haben fast alles schon Das war's! 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 Ich guck' es dein Krag! Kannst du glauben, dass ich dich zu glauben entkommen ließen? Diese Idioten in der Fischerei sollten dafür ausgepeitscht werden. So. Nächster Punkt. Danke, Waldläufer. Unsere Freunde sind in der Nähe. Sehr schön. Seht auch Hummel aus. Wer ist denn der? Egal, wie dich der anderen Damen nahmte, wenn ihr die Arenen säubern, gibt es keine Käpfe. Geh mal. Wie kannst du es wagen? Höre meinen Willen! Hör auf, dich zu bewegen! Heute will es nicht einmal mehr zu sterben! Danke. Der Tag ist längst weg! Um das zu uns jetzt hinzureichen, machen wir doch noch. Ganz einfach hier. Und? Perfekt. Ich wollte keine Ärger machen. Ich hab vielleicht den Kopf verloren. Ich hoffe, meine Freunde können mir vergeben. Okay, wenn die Äußerung und die Äußerungen haben. Ich bin für die Tiere nicht gegangen. Ich bin für die Tiere nicht Piecechen. Aber für die Tiere muss ich dir bewegen. Ich bin für die Tiere nicht möglich. Aber dann, wenn die Tiere nicht einfach brauchen. Die entkommenden Sklaven werden bei ihren Angriffen immer übermütiger. Sie können uns jeden Moment überfallen. Bring das Licht! So. So. Von der Seite in der Hölle? Ja, Pudra haben wir jetzt nicht gemacht, ich weiß, aber ist mir ehrlich gesagt jetzt unglücklich egal. Grün und Rot. Grün und Rot. Ja, nach dieser Mission, wenn wir uns noch anschauen, was uns alles eigentlich wirklich fehlt. Wenn es wirklich Geistermagie ist, sollten wir uns besser wappnen. Schlecher! Ich sehe den Waldläufer! Angriff! Nehmt ihn sein Schwert! Schlecher! 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 Der Meister hat uns beiden Grog versprochen, wenn wir ihm einen Grauk für den Grubenkampf besorgen. So. Na los! Lass ihn von deinem Karagor fressen! Dich zu ersetzen, woher ich mich wiederum bin! Macht euch keiner, Saragor! Still! Ein Karagor! Alle Gemeinsam! Wir werden dich entstecken! Okay. Das ist so gut. ich komme nein nein okay selbstverhaut diese Missionen wir schauen uns jetzt doch gleich an was fehlt uns jetzt noch also diese Missionen müssen wir jetzt noch mal machen das sind zudem Besserungen haben der Bekommens machen 370,8 Prozent haben die zwei Schmerzen gehen noch drei Bogen 3 durch 5 überlebensherausforderungen finden und geht auch noch vier Jahr herausforderungen doch noch viel Artefakt haben wir alle ein Team fällt noch also wir sind schon ganz gut ausgestoßen Rettungsaufträge machen wir jetzt gerade also das werden wir dann alles sehen war von mache ich jetzt noch mit euch und dann so muss man dafür wohnen zum Beispiel so 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 und dann nehmen wir noch den Dolch gut das war's mit der Folge bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Tschüss Danke.